Ich bin gerne beim Rauschert, weil es ein flexibler und familiärer Arbeitgeber ist. Der Chef kennt einfach seine Leute, kommt mal vorbei und fragt dann auch mal, wie es einem geht. Nach langjähriger Betriebszugänglichkeit hat man immer noch Herausforderungen, an denen man wachsen kann und es immer sehr abwechslungsreich ist. Bei der Firma Rauschert habe ich sehr kompetente Leute gefunden und mir gefällt die Flexibilität. Rauschert ist ein familiengeführter Betrieb und man kriegt aller Monat pünktlich sein Geld aufs Konto. Ich bin beim Rauschert geblieben, weil ich als Frau sehr gute Verdienstmöglichkeiten habe und weil Rauschert viele soziale Leistungen zusätzlich anbietet. Ich bin mit Leid und Seele Werkzeugmacher und ich finde es einfach klasse, dass ich hier bei Rauschert das Vertrauen genieße, die ganze Abteilung zu leisten. Die Firma Rauschert hat mir ermöglicht, die Familie und 45 Jahre Beruf und die Kinder unter einen Hut zu bekommen. Ich bin mit Leid und Seele Werkzeugmacher. Ich bin mit Leid und Seele Werkzeugmacher. Ich bin mit Leid und Seele Werkzeugmacher.